Bei ihnen wurde der graue Starr festgestellt. Das Wichtigste vorneweg. Ein grauer Starr ist nichts Schlimmes. Im Augenzentrum Eckart kann man ihnen ausgezeichnet helfen, denn darauf sind wir spezialisiert. Beim grauen Starr trübt sich ihre Augenlinse ein. Mit dem 60. Lebensjahr sind davon ca. 60% der Menschen betroffen. Zwischen dem 65. und 75. Lebensjahr leiden darunter schon bis zu 90% der Menschen. Statistisch kommt ein grauer Starr ab einem bestimmten Alter folglich bei fast allen Menschen der Welt vor. Bei der OP des grauen Starrs wird diese trübe Linse durch eine klare Kunstlinse ersetzt. Dieser Eingriff dauert nur wenige Minuten und wird bei uns viele Dutzend Male am Tag durchgeführt. Wenn nun die trübe Linse durch eine künstliche Linse ersetzt wird, dürfen sie dabei zwei Entscheidungen treffen. Erste Entscheidung. Welche Linse wünschen sie? Eine Kassenlinse oder eine sogenannte Premium-Linse. Bei einer Kassenlinse können sie so wählen, dass keine weiteren Kosten auf sie zukommen. Die Premium-Linse hat einen verbesserten UV-Filter, sodass ihr Sehzentrum geschützt wird. Zudem bietet diese Linse eine bessere Abbildungsqualität. Somit ist das Sehen für sie angenehmer und schärfer. Die Linsen halten ein Leben lang und müssen nie wieder ausgetauscht werden. Wenn man eine spezielle Art einer Premium-Linse wählt, kann ihr Leben sogar komplett brillenfrei sein. Die meisten Patienten entscheiden sich derzeit für eine Premium-Linse. Und nun die zweite Entscheidung, die sie treffen dürfen. Entweder die Schnitttechnik mit Skalpell, die manuell vom Operateur durchgeführt wird. Oder die Operation mit dem Laser. Beim Laser können fast alle Schritte, die vorher der Operateur manuell durchführen musste, nun mit dem Laser besonders sicher und extrem präzise durchgeführt werden. Der Laser bietet derzeit die höchste Sicherheit, die in der Augenheilkunde möglich ist. Der Laser kann zudem die Linse so zentral auf dem Mikrometer genau platzieren, dass für sie die Sehschärfe hinterher nochmals deutlich besser wird. Die meisten Patienten entscheiden sich derzeit für die Premium-Linse und die Operation mit dem Laser. Falls sie sich auch für die Behandlung mit einer Premium-Linse und für den Laser entscheiden, investieren sie circa so viel wie in ein Zahnimplantat. Eine Investition in ihr Augenlicht, die sich lohnt. Bei den privaten Kassen wird sowohl die Premium-Linse als auch die Behandlung mit dem Laser in fast allen Fällen übernommen. Bei uns sind ihre Augen in guten Händen. Werôr Werb 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 Untertitelung. BR 2018